Aber ich werde natürlich nicht stecken, sondern bevor nicht die Bühne wieder in guten Händen ist. In guten Händen, Jürgen. Nein. Doch. Ja, also komm. Nein. Ah, der Jürgen will rauchen. Na gut. Wer will denn sonst noch? Ich kann ja eigentlich auch. Wollt ihr so nochmal spielen oder so? Heiko. Also ein anderes? Ja. Ich spiele nochmal die Torsche zusammen. Ich kann gar nicht die Torsche spielen. Ich kann gar nicht die Torsche spielen. Ich mach das mal so. Da läuft schon Pantet und so. Na. Na, hab ich jetzt mal. Ja? Geht's mir? Was ist jetzt los mit dem Butschig? Na, ah, der, ja. Ja, ja. Der braucht seinen Bassmann. Der ist so sein, sein. Mögenlern, ne? Was fällt. So. Okay. Ah, was fällt am Schlagzeug. Dann kann quasi nichts mehr passieren. So, kommt hin. Ah, guck mal. Vorbildlich. Da bleibt die Effektbatterie einfach stehen. Ja, das ist doch wunderbar. Guck mal, da ist der Dirk mit dem Hut. Das ist unser Gastgeber übrigens. Vielleicht könnt ihr den ja mal kennenlernen. Aber der ist gut. Wir haben einen Applaus für Dirk Hübert. Applaus aber bitte auch für seine Fachkräfte an den Zappeländen. Jenny und Sarah. Applaus. Hallo. Oho. Hey. So. Ja, wer ist mit Ben? Ich weiß. Na, die haben zum Teil halt eine Insolvente dabei. Hat überhaupt noch was? Ich weiß nicht, die Beratung sind. Oder so. Okay. Aber nicht mehr verstanden sollen. Dann sagen wir uns jetzt wieder viel Spaß. Musik 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 You are the best to try You know I have the right And all the crimes that need me You alone are a tool that I have to be Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Vielen Dank.